Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem letzten Shop-Leg-Video hier aus Season 6 Leute, ja Leute, morgen kein, natürlich kein Video, weil, das heißt, das ist das letzte Shop-Leg-Video hier auf meinem Kanal aus Season 6 und da wer mir einmal, das ist einmal typisch, fünfmal, wo du bist. Aber guck mal, was raus ist. Ja, guck mal, was raus ist. Das Paket ist raus. Leute, das Paket ist raus. Aber dafür, ja, sind die anderen Pakete noch im Shop. Da weiß ich jetzt nichts von dem Reisenservice-Show-Paket. Ja. Da würde ich sagen, ich schlaf gut. Gute Nacht, wenn ihr neute, da will mir die Glocke anziehen. Und gleich, danke fürs Zusehen. Tschö mit dir.